. . Ja, warte! . Geh aus, du Scheiß! Ich darf auch nicht... . . . . Warum fährt der immer nach hinten, dieses Arschloch? . 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 So, meine Damen und Herren, wie man so ein Gerät nicht bedient. So zum Beispiel. . Jetzt geht er nicht mehr aus. . Es geht nicht mehr aus. Es geht nicht mehr aus. Ich drück's überhaupt nicht. . . . . . . . . . Vielen Dank.